Was ist die Optische Kohärenztomographie mit dem VivoCite-Gerät? Die Optische Kohärenztomographie mit dem VivoCite-Gerät ist ein modernes Verfahren, mit dem wir Hautkrebs, den häufigsten Krebs des Menschen, schnell und sicher diagnostizieren können. Das ist deshalb wichtig, weil viele Formen dieses Hautkrebses auch konservativ, das heißt ohne Operation, zu therapieren sind. Und damit können wir dem Patienten komplett Operationen ersparen. Und damit haben wir keine Narbenbildung, wir haben ein optimales, kosmetisches und auch sicheres medizinisches Ergebnis. Vielen Dank.